In jener Nacht Die Flucht nach vorn! Motivation pur! Das war das erste Lied, das wir zu dem Album veröffentlicht haben. Stimmt, das erste Video. Das erste Mal, dass Gustavo geritten ist in dem Video. Ohne Schein. Gustavo hat natürlich damals unseren Reitkurs verpasst, weil er erst... Du schreibst euch auf den Zahn ganz gut, ne? Flucht nach vorn, auf das erste Mal aufs Pferd und ab dafür. Ja, wir sind aber wirklich tatsächlich jeder einmal fast auf die... So richtig unter die Hufe gekommen. Und Pferd sind mit uns durchgegangen bei den Videodrehen. Ja, die sind durchgebrannt mit uns. War aber geil. Hat Spaß gemacht. Stumm! Deine Mütze ist mal weggeflogen. Ja, das war mega krass. Ja, man sieht zum Glück die Panik nicht im Video. Genau, dadurch, dass wir beim Reiten... Aber Tim sieht extrem checkerhaft aus. Er hat mir Kaugummi kaum. Er ist am Kaugummi kaum. Und dadurch sehen wir so... Und Tim so... Wobei ich dann... Der Cowboy Tim. Mein Pferd wollte einfach nur noch in den Wald. Pferd stammt sehr auf Wald. Einfach nur durch die Hecke. Das wollte mit dir durchbrennen. Nur jetzt... Oh, der ist so geil, der Wald. Der ist so toll. Ja, komm mal weg, komm mal weg. Loch nach vorn, mehr Insider-Infos. Jetzt im Fernsehen. In jeder Nacht.